Das ist die Lifehacks-Show! Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Schmeurer! Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Diesmal mit einem Quickie zum Thema, warum es total nervt, als digitaler Nomade unterwegs zu sein. Ich habe dazu einen Artikel auf dem deutschen Tech-Magazin T3N geschrieben und gedacht, das ist Content, der euch auch interessieren wird. Und es ist nämlich nicht immer so cool und so geil, wie alle immer schreiben über den digitalen Nomaden-Lifestyle. Ich habe dazu letztens auch einen Rant auf Medium geschrieben, dass wir uns oft in der Bubble bewegen. Aber was mich sonst noch so total nervt, wenn du unterwegs bist, sind Sachen wie, dass deine Kreditkarte eingezogen wird. Das Ganze ist uns auf Belize in Kikorka passiert. Aus Sicherheitsgründen wurde da die Kreditkarte eingezogen. Und ich hatte glücklicherweise noch eine zweite dabei, die Kreditkarte von der Comdirect. Ich nehme ja immer die von der DKB. Aber sowas kann halt passieren. Und genau das ist jetzt auch wieder passiert hier in Brasilien. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber vielleicht lest ihr dazu noch. Es gab wohl einen riesen Hack auf Kreditkarten von Mastercard und Visa. Und ich war bei beiden Zahlenkolonnen quasi betroffen. Und jetzt haben sie mir sowohl die Mastercard vom Unternehmen gesperrt, als auch meine Visa-Karte von Comdirect. Und das heißt, die Karte, die wird jetzt nach Berlin geschickt. Von Dropscan dann quasi eingescannt. Von dem Scanzentrum muss ich sie jetzt an irgendeinen Kumpel oder an eine gute Freundin, an Claudi schicken in Berlin. Die glücklicherweise jetzt auch nach Asien fliegt, mir die Kreditkarte mitbringt, um so dann an den Sicherheitscode zu kommen, der auf der Rückseite steht. Weil Dropscan scannt immer nur die Vorderseite. Ist also alles nicht so ganz easy und die Karte selber will ich ja auch nutzen. Deshalb bin ich heilfroh, dass Claudi die Karte mit nach Asien bringt. Also das kann nerven. Dann war es total nerven. Wurde mein Paypal-Konto gesperrt, als wir in Myanmar waren vor drei Jahren. Oder auch Burma. Damals stand das Land noch auf der Blacklist von den Vereinigten Staaten und wir wollten Flug buchen auf die Philippinen. Und den ganzen Flug wollte ich mit Paypal zahlen. Und weil ich selber gerade in Myanmar war, haben sie mir komplett das Konto eingefroren und nichts ging mehr. Und das war insofern auch kacke, weil viele Online-Services wie Airbnb oder regelmäßige Abbuchungen von Mailchimp oder von HelpScout, die laufen alle über das Paypal-Konto. Und wenn das gesperrt ist, dann werden auch erstmal diese Konten gesperrt und dein ganzes Business liegt im schlimmsten Fall flach. Also was musste ich machen? Ich musste erstmal nachweisen, dass ich nicht hier in Myanmar wohne, sondern dass ich ein Deutscher bin und in Berlin wohne. Musste denen eine Stromrechnung schicken. Ich glaube noch eine Telefonrechnung. Das auf meine Adresse gelaut hat, da hatte ich dann nur noch alte Rechnungen, weil wir jetzt nicht mehr so oft in Berlin sind. Letztendlich haben sie es zum Glück anerkannt und das Konto wieder entsperrt. Aber das kann einem natürlich auch richtig, richtig auf den Sack gehen. Weiterer Punkt ist, dass auf einmal deine Devices in den Arsch gehen. Ich habe immer wieder promotet, wie cool die Apple-Hardware funktioniert, auch unter härtesten Bedingungen. Allerdings ist mir jetzt auch vor zwei Wochen hier mein Ladekabel kaputt gegangen in Brasilien. Das ist das Kabel von dem neuesten MacBook, das letztes Jahr rausgekommen ist im Sommer. Und ja, das ist natürlich nicht groß verbreitet. Das läuft über USB-C und keiner hatte das Kabel. Im schlimmsten Fall hätte ich nicht weiterarbeiten können. Glücklicherweise war gerade der Sascha von der Nomad Cruise auch in Jerry und der hatte vorgesorgt. Und durch so eine Steckerverbindung haben wir es dann hingekriegt, dass ich in der Zeit, wo Sascha hier war, dann noch laden konnte. Und glücklicherweise ist in der Zeit Tijana gerade nach Rio geflogen. Und da gibt es nämlich den einzigen Apple-Store im ganzen Land, neben Sao Paulo. Und konnte mir da das Kabel kaufen für einen sehr überhöhten Preis. Und das gleiche ist nämlich Feli auch schon mal in Kolumbien, Taganga passiert. Da gab es dann ihr Ladekabel natürlich auch nicht. Das war so ein Mini-Fischerdorf, also mussten wir in einen nichts größeren Ort. Es gab keinen Apple-Store, das Kabel gab es nicht. Letztendlich mussten wir es dann irgendjemandem abkaufen, einem Verkäufer, der quasi auch das gleiche Apple-Modell hatte. Und dann das Geschäft seines Lebens gemacht hat. Ich weiß nicht, wo er es dann hergekriegt hat. Aber letztendlich haben wir dann wieder ein gebrauchtes Kabel für Feli bekommen. Also das kann auch passieren und das kann einem richtig auf den Sack gehen. Nächster Punkt, die Einreise wird verweigert. Oft weiß man als digitaler Nomade nicht, wo man als nächstes hinfliegt. Und bucht sich sowieso nur One-Way-Tickets. Und beispielsweise auf den Philippinen ist es so, wenn du da ankommst, musst du auch nachweisen, wo du als nächstes hinfliegst. Also war das auch immer ein Riesenproblem. Man konnte auf gut Glück dann irgendwie quasi weiter vorplanen, aber man war halt nicht mehr so flexibel. Das ist auch total nervend gewesen. Glücklicherweise gibt es mittlerweile eine Lösung, die verlinke ich auch in den Shownotes. Die heißt flyonward.com, die Seite. Und dort kann man quasi so Fake-Tickets, das sind echte Tickets, die sind aber nur für ein oder zwei Tage gültig, speziell für digitale Nomaden generieren, die dann ausdrucken, vorzeigen quasi bei der Einreise, so dass man in das Land reinkommt. Und der ganze Service kostet einmalig 10 Dollar, was umgerechnet glaube ich 9 Euro sind. Insofern kann man sich dann für diese 10 Dollar weiterhin die Flexibilität kaufen. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für einen Service, der echt aus einem Need entstanden ist, aus einem Pain, aus einem Problem, was gelöst werden musste bei uns in der digitalen Nomaden-Szene. Und insofern geht der auch richtig durch die Decke der Dienst, weil er einfach sinnvoll ist und von vielen gebraucht wird. Ja, weiterer Punkt, was total nervt ist, wenn du unterwegs bist und auf einmal geht nichts mehr, das WLAN geht nicht in einem Café oder du hast nur eingeschränkt eine Stunde Zeit, musst ständig da irgendwie nachkaufen, irgendwelche Cafés oder was essen. Und das WLAN ist irgendwie langsam oder ist nicht gesichert. Was machst du am besten ist, du holst dir eine lokale SIM-Karte, eine Prepaid-Karte, um das immer als Backup zu haben. Und wenn gar nichts mehr geht, wenn du irgendwo um Niemandsland unterwegs bist und überhaupt keinen Empfang mehr hast, kannst du beispielsweise Blinkist-Texte hören oder auch lesen. Blinkist sind Zusammenfassungen von richtig, richtig guten Büchern. oder was ich gerne nutze, das Tool Pocket. Ich verlinke das alles in den Shownotes für euch. Damit kann man sich Texte, die man so im Internet findet und eigentlich was anderes zu tun hat und keine Zeit hat, den Text zu lesen, kann man sich die für später quasi in seine Pocket legen und das wird dann synchronisiert, das wird runtergeladen und Pocket-Texte kannst du also dann auch offline lesen. Das ist eins der Tools, was ich mit am häufigsten nutze. Ich gucke mal eben auf die Zeit, sollte ja jetzt diesmal ein Quickie werden, was ein bisschen schneller ist. Letzte war eine halbe Stunde, jetzt sind wir bei 6,40. Gut, ich hau mal rein mit dem nächsten Ding, was total nervt, wenn du als digitaler Normale unterwegs bist, die verschiedenen Time-Zones. Ich habe es jetzt gerade wieder, dass ich mit einem Speaker von der DNX Global skypen möchte. Der ist gerade in London, das sind drei Stunden, Berlin sind vier Stunden. Ich bin hier in Brasilien, was auch nochmal mehrere verschiedene Zeitzonen hat und so geht das halt immer hin und her, wenn man dann letztendlich mal einen gemeinsamen Termin findet. Oft verkackt man dann auch die eigene Zeitzone, wo man gerade wirklich ist. Dafür gibt es da ein Tool, ich glaube timezoneconverter.com, das verlinke ich auch, wo du dann genau gucken kannst, in welcher Time-Zone gerade der andere ist. Aber es gibt natürlich so Extrembeispiele wie jetzt, wo wir in Brasilien sind und wir haben ja auch noch ein Business in Hongkong laufen. Ich manchmal mit der Hang Seng Bank in Hongkong, skypen oder telefonieren muss. Telefonieren mache ich meistens über Viber. Die App verlinke ich auch, weil die läuft viel besser als Skype, habe ich das Gefühl, was doch oft überlastet ist. Und ja, da fängt dann so die Geschäftszeit um 22 Uhr an und geht bis sieben Uhr morgens, also genau dann, wenn ich hier penne. Gerade wenn du Kunden hast, nervst du natürlich noch mehr. Zum Glück haben wir im Moment nicht mehr so viele Kunden. Gerade am Anfang als digital normale ist es eine echte Challenge. So, ein weiteres fettes Problem für digitalen Nomaden ist, was mache ich mit meiner Post, die in Deutschland ankommt und ich bin nicht mehr vor Ort. Ich habe eben schon den Service Dropscan erwähnt, der super, super nützlich für digitalen Nomaden ist. Das heißt, Dropscan funktioniert so, dass du eine Weiterleitung, Nachsendeauftrag heißt es in Deutschland, an Dropscan stellst für deine Post, die während der Zeit ankommt, wenn du in der Welt unterwegs bist. Das heißt, die Post wird weitergeleitet, die wird eingescannt, du kriegst ein durchsuchbares PDF von Dropscan und kannst dann entscheiden, was du mit der Post machst. Nämlich zum einen kannst du sagen, es wird vernichtet, das ist irgendwie Werbung oder ich brauche es nicht oder der PDF-Scan, der reicht mir oder das ist ein wichtiges Dokument oder beispielsweise meine Kreditkarte, die gerade angekommen ist, die lasse ich mir dann per DHL-Paket, das ist also alles trackbar, wo es hingeht, an einen Freund schicken oder wenn du wieder zurück in Berlin bist oder wo auch immer in Deutschland, kannst du dir das dann alles in der Sammelsendung zusammenpacken lassen als Paket und dann kriegst du die Post haptisch nach Hause geschickt. Also ohne Dropscan könnten wir, glaube ich, gar nicht mehr nehmen. Danke von hier aus nochmal an den Gründer, an Christian Schulte, dass er da so ein fettes Problem mit seinem Service gelöst hat. Weitere Challenge und das ist ein Thema, darüber könnte ich, glaube ich, eine Stunde, zwei oder drei reden, ist, dass man sich nicht genug fokussieren kann oder nicht produktiv genug ist, gerade wenn man unterwegs ist. Heißt, wenn du hier wie in Jerry Coquara bist, du kannst rausgehen, Wassersport machen, was wir später auch machen, aber erstmal bin ich jetzt hier und arbeite neben dem Podcast auf, habe eben schon voll viel an dem ganzen Workflow wieder gearbeitet von Lifehacks, war also den ganzen Tag schon beschäftigt, aber man könnte theoretisch auch den ganzen Tag aufs Wasser gehen, man könnte Stand-Up-Paddling machen, man könnte surfen, man könnte kiten, jetzt ist gerade kein Wind mehr, aber davor war halt richtig viel Wind, in Jerry gibt es auch noch zig andere coole Sachen, die man erleben kann, also irgendwas ist immer, gerade wenn man unterwegs ist und da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Walzen, wer kann sich wirklich fokussieren, wenn er unterwegs ist und wer kann das nicht, aber es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, was mir hilft ist, Routinen aufzubauen, dazu mache ich aber nochmal ein eigenes Quickie, um so seinen Tag zu strukturieren, um so in den richtigen Flow zu kommen, ein Tool, was dabei hilft, ist Coach Me, wo du verschiedene Habits und Routinen aufsetzen kannst und ein anderes nützliches Tool, was ich auch gerne nutze, um die ganzen Zeitfresser wie Facebook oder Social Media Seiten zu killen, ist Self-Control, durch Self-Control hast du gar keine Chance mehr in Facebook reinzukommen, ich glaube, du kannst sogar die Uhr verstellen und so, das funktioniert alles nicht, du kommst einfach nicht mehr rein und bist gezwungen dann an deinem Business zu arbeiten. Weiterer Punkt, was nervt, wenn man unterwegs ist, ist der fehlende Austausch mit Gleichgesinnten und mit digitalen Nummern. Als wir vor dreieinhalb Jahren das erste Mal on the road gegangen sind, war es noch schwieriger, weil wir nur in Hostels übernachten konnten, die Hostel-Party-Backpacker konnten nicht verstehen, dass wir den ganzen Tag am Laptop hängen, haben dann irgendwie immer mittlerweile Kommentare abgegeben, man musste sich selber erklären, was man da überhaupt macht und warum man das macht. Irgendwo in Midijin war das, haben wir die Party-Backpacker ihre Cocktails über unsere Laptop-Tastaturen verschüttet, weil wir nicht gerafft haben, dass es dann abends war, die Musik war an, die Jungs hatten Bock auf Party, wir saßen dann immer noch auf der Terrasse, waren total im Tunnel und haben gearbeitet. Da sind irgendwie zwei verschiedene Welten aufeinander gepreit. Mittlerweile gibt es glücklicherweise so coole Co-Living- und Co-Working-Spaces extra für digitale Nomaden wie das Sun-Desk in Tagazoo, Bett & Desk auf Mallorca, Surf-Office, gibt es mittlerweile an zwei Standorten, in Lissabon und auf Gran Canaria. Es gibt verschiedene Facebook-Gruppen, wo man sich austauschen kann. Es gibt Hashtag-Nomals von Peter Levels. Also es ist besser geworden, sich zu connecten. Es funktioniert auch immer besser. Mittlerweile macht es immer mehr Spaß, unterwegs zu sein, weil du immer mehr Nomaden triffst und mit denen abhängen kannst, damit Gleichgesinnten dich umgibst, was dir auch selber hilft, zu wissen, wofür du das alles machst. Insofern freue ich mich auch total. Wir sind jetzt gerade in Brasilien, haben wir heute Samstag. Wenn alles klappt, geht die Folge morgen oder übermorgen live, also Sonntag oder Montag. Und Montagabend bewegen wir uns dann wieder nach Asien, Richtung Phuket, wo ich dann zwei Wochen auf dem Muay Thai-Camp gehe. Weiß aber, dass wir danach nach Bangkok gehen, wo dann die fette Global ist, wo ich dann wieder super viele Bekannte und Freunde treffe, die auch alle zur Global kommen. Danach geht es weiter nach Lanta, wo wir den X-Camp haben und weiß, dass Lanta jetzt schon voll ist mit digitalen Nomaden. Also freue ich mich auch drauf, dass man immer mehr Gleichgesinnte und andere ortsunabhängige Entrepreneure überall auf der Welt treffen kann. So, last but not least, letzter Punkt, der für mich am Anfang auch wirklich so ein Knackpunkt war. Mache ich es jetzt long term als digitaler Nomade oder komme ich ein halbes Jahr wieder zurück nach Berlin, um da vernünftig Sport machen zu können, weil Sport ist irgendwie so ein elementarer Baustein in meinem Leben. Also ich darauf nicht mehr verzichten will. Am Anfang ist mir das echt schwer gefallen, irgendwie vernünftig Sport zu machen. Man hat halt nicht sein Fitnessstudio, wo ich vorher jahrzehntelang reingegangen bin, genau wusste, welches Gerät, wann ich wann trainiere. Ich mache mal so einen Drei-Tage-Split pro Woche. Ich wusste, da ist eine coole Sauna. Ich kann danach noch Cardio machen. Ich kann stretchen. Das war also sehr convenient und wenn du dann auf die Reise gehst, dann stehst du erst mal raus von, ja was soll ich denn jetzt machen und laufen. Hat mich irgendwie noch nie so geschockt. Ich finde das mega langweilig. Vielleicht soll ich es nochmal probieren, erst mit ein paar Podcasts oder mit ein paar Blinkist-Texten im Ohr. Aber letztendlich ging mir da immer durch den Kopf, was ich alles andere in der Zeit machen könnte. Ja, aber es geht. Und meine Lösung war, ich habe mir ein TRX-Band besorgt. Das ist so ein Schlingensystem, womit man dann Ganzkörpertraining machen kann. Alles funktional, also mit eigenem Körpergewicht. Und das funktioniert richtig gut. Also es ersetzt auf jeden Fall komplett das Fitnessstudio. Bin jetzt hier, aber jetzt die letzten drei Tage auch mal wieder ins Gym gegangen. Jerry, ab und zu fehlt mir das schon. Und gerade hier in so Gyms kriegt man dann auch gut Kontakt zu den coolen Local-Jungs. Das macht also Bock. Ich glaube, ich gehe heute Abend nach dem Surfen auch nochmal pumpen mit dem Gym. Und viele wissen es wahrscheinlich schon, ich bin leidenschaftlicher Kampfsportler, mache ja in Berlin das israelische Selbstverteidigungssystem Kraftmager. Und versuche jetzt, wenn ich unterwegs bin, immer so die Local-Combat-Spots zu machen. Hier war es dann in Brasilien Jiu-Jitsu. Und wenn ich nach Puket fliege, ist dann Muay Thai. Ich habe schon mal Kickboxen auf Koração gemacht. Wenn man weiß, was man will, Feli ist hier auf der Suche nach einem Zumba-Kurs. Er macht auf jeden Fall in Puket gibt es Zumba. Wenn man weiß, was man will oder was einem Spaß macht, dann findet man auf jeden Fall was. Dazu kommt, dass wir jetzt total kite-addicted sind, was natürlich auch ein ganz guter Sport ist, wenn du dann zwei, drei, vier Stunden pro Tag auf dem Wasser mit dem Kite bist. Sport und Ernährung habe ich als Punkt zusammengefasst. Ist Ernährung sogar noch ein eigener Punkt jetzt geworden. Das ist auf jeden Fall auch eine fette Herausforderung, was wir machen. Wir gehen immer in ein Apartment, wir gehen in ein Airbnb, wo wir selber kochen können, kaufen dann Sachen vom Markt. Ich habe ja mittlerweile meine Ernährung auf 80, 20 vegan umgestellt. Sprich, ich esse nur noch 20% Fleisch und den Rest dann vegan. Und die 20% sind dann auch andere tierische Produkte. Dazu mache ich glaube ich auch noch mal einen eigenen Quickie. Es wird natürlich nicht leicht, gerade in Ländern wie, sag ich mal, Mexiko, wo gerne viel frittiert gekocht wird und sehr ungesund gegessen wird. Hier in Brasilien ist es auch nicht ganz easy. Früher war es noch schwieriger, als ich noch mehr Fleisch gegessen habe. Jetzt wird es leichter. Aber es ist irgendwie alles möglich. Ich sage, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und je öfter man das macht, umso besser funktioniert das dann auch, seine Habits und Routinen aufzubauen. Okay, das war es von meiner Seite zum Thema, was mega, mega nervt als digitaler Nomade. Das sind so die Herausforderungen, die irgendwie jedes Mal wieder aufpoppen. Gerade auch, mir fällt jetzt noch ein weiterer Punkt ein, wenn ich jetzt an nächste Woche denke, wir sind vier Tage unterwegs, bis wir in Phuket sind. Wir müssen hier von Jerry, Kokwara mit dem Bus erst nach Fortaleza, dann nach Sao Paulo, nach Abu Dhabi, von Abu Dhabi nach Bangkok, dann nach Phuket, beziehungsweise im Bangkok Flug Spam und zu fliegen direkt nach Phuket. Da wird man natürlich dann voll aus den Routinen gerissen, hat irgendwie keinen vernünftigen Internetzugang, wenn du unterwegs bist, auch die ersten paar Tage, wenn du am neuen Ort ankommst, sind so spannend, dass du oft nicht zum Arbeiten kommst oder nicht wirklich in den Flow kommst, aber das muss man einfach mal geschehen lassen, das ist so. Ich glaube, dafür gibt es dann auch genug geile Benefits für diesen Lifestyle, aber das sollte auf jeden Fall auch mal gesagt sein, es ist halt nicht alles Rainbow und Unicorn, sondern es kann auch manchmal ganz schön tough sein. Soviel zu dem Thema, ich hoffe, es hat euch gefallen, der Quickie war jetzt auch nur ein echter Quickie im Vergleich zum letzten, nur noch halb so lang, das sind jetzt fast 17 Minuten. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir ein Like auf Facebook unter www.facebook.com slash Moira Markus. In diesem Sinne, bis bald, peace and out. Jo Leute, das war eine neue Folge der Lifehacks Show. Wenn euch die Show gefällt, hinterlasst mir bitte eine Rezension auf iTunes und liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Moira Markus. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei allem, was ihr gerade noch macht. Peace and out. Peace and out. Peace and out.